Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer kurzen Spielvorstellung von Arche Nova Zomep Pack 2. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um Arche Nova. Das Spiel ist unheimlich beliebt bei uns. Wenn ich jetzt rückblickend schauen würde, was ich jetzt 2024 am meisten gespielt habe, dann zählt Arche Nova dazu. Wir spielen sehr viel und das Spiel hat ja schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel, aber es ist immer noch unheimlich beliebt. Ich habe auch ein Video dazu gemacht, 30 Minuten Regelerklärung. Da kommt ihr rein in das etwas anspruchsvollere Spiel, Kenner-Spiel, Experten-Spiel, aber es macht unheimlich viel Laune und es ist sehr variabel. Und mit diesen Zuplänen, tja, da bringt es noch mehr Variabilität rein. Ich zeige euch ganz kurz, was in dieser Box steckt, beziehungsweise in diesem Umschlag. Steht ja auch hier schon dabei. Fünf neue Zu-Designs, Inhalt vier Zupläne. In der Seite A ist der Turnierplan. Das steht auch immer hier deutlich auf der Seite. Dann drauf, vorder- und Rückseite. Seite B jeweils ein, der Zupläne 11 bis 14 und die sind auch nummeriert. Und deswegen werfe ich jetzt mit euch einen kurzen Blick auf die einzelnen Pläne. Dann wisst ihr vielleicht, ob der ein oder andere Plan ja auch für euch interessant sein könnte, sofern ihr ganz klar schon oft Arche Nova auf dem Tisch hattet, weil es ist sehr variabel und es ist immer die Frage, braucht man denn wirklich neue Zupläne? Aber es gibt immer wieder was Neues zu entdecken. Hier seht ihr ja beispielsweise den ersten Plan, Plan 11. Übrigens auf der Rückseite, da sieht man es nochmal, da ist es für das Turnier dann angezeigt. Aber das ist das, was ja sicherlich die meisten interessiert. Und das ist der Plan 11. Und eine Besonderheit wird hier immer unten angezeigt. Das ist immer wieder von Plan zu Plan verschieden. Hier gibt es jetzt eine neue Möglichkeit des Einlagerns. Übrigens in einer kleinen Anleitung wird das alles nochmal deutlich angezeigt, weil lege eine Handkarte unter den Notizblock, kann jederzeit wieder auf die Hand genommen werden, erhalte in jeder Pause zwei Geld pro eingelagerte Karte. Ja und da Geld knapp ist, durchaus ein attraktiver Plan, aber man muss schauen, mit den Karten auch umzugehen. Gleichzeitig wird eines deutlich, oh das sieht man hier, das sind nämlich jetzt hier neue Regelungen. Und zwar muss man gewisse Dinge erfüllen, sofern, ja also praktisch eben Partner zu, als auch in der Universität muss man Anforderungen erfüllen, damit man hier sich Dinge dann freischaltet. Das erkennt man gut aufgrund des Symbols, hier beispielsweise mit einer Extraschicht, auch hier ein neues Symbol, was jetzt diesen Höhlenplan angeht, um praktisch einen Arbeiter, also einen Verbandsarbeiter zurückzunehmen auf sein Tableau. Ansonsten ist es klassisch, wie man es hier sieht, aufgebaut, aber das ist jetzt quasi die wesentliche Neuerung, was diesen Plan 11 betrifft. Und damit bin ich schon beim nächsten Plan, Plan 12 und ihr habt es schon gesehen, aufgrund der vier Symbole auch eine Besonderheit. Decke die freie Aktionsstärke am weitesten links ab, die drei bleibt immer frei. Die Aktionsstärke erhöht sich auf den nächsthöheren sichtbaren Wert. Auch hier wieder die Verknüpfung, ich glaube künstliche Integrenz steht ja da, heißt dieser Plan 12 und man sieht es hier schon aufgrund der vier verschiedenen Symbole. Auch hier hat man jetzt wieder so eine Anpassung, wie jetzt quasi auch auf den anderen Plänen, was jetzt die Verknüpfung angeht. Auf jeden Fall ein besonderer Plan mit gewissen neuen Anforderungen. Und damit komme ich schon zu Plan 13. Plan 13 tituliert mit Reißbrett und hast du ein Gebiet vollständig bebaut, erhältst du sofort und in jeder Pause den abgebildeten Bonus. Ja, hier seht ihr nochmal den Plan, auch von dem Aufbau, was die Besonderheit dann angeht. Hier übrigens auch noch eine kleine Besonderheit, ich hoffe man sieht es. Das heißt, abhängig von den Entwertungskarten zieht man dann drei, beziehungsweise wirft dann drei ab. Auch hier eine weitere Option, die man hat aufgrund des Plans. Und damit komme ich schon zum letzten Plan. Plan 14 Lagune bezeichnet man diesen Plan, findet eine Personensponsorenkarte auch einmal zu Spielbeginn und nimmt sie auf die Hand. Ihr seht, das Symbol kommt gleich mehrfach vor auf diesem Plan. Es gibt aber auch noch ein paar weitere Besonderheiten, wie die Welle, beziehungsweise hier die Tierfähigkeit des Highs, weil beispielsweise hier legt man eine Tierkarte aus der Auslage in Rufreichweite ab und bekommt dann die Hälfte quasi des Einkommens der abgelegten Karte. Oder hier mit dem Wellensymbol, wenn man praktisch so einen Bonus, so einen Platzierungsbonus dann bekommt, legt man die Karte quasi ins erste Register ab und füllt die Auslage dann anschließend wieder auf. Also auch hier zwei, drei kleine Besonderheiten. Und damit komme ich zum Fazit von Archenova zu Map Pack 2. Fünf neue Zudesigns, Inhalt vier Zupläne erschienen ist das Ganze bei Feuerland. Und ganz klar stellt sich insbesondere bei den Erweiterungen die Frage, braucht man denn überhaupt jetzt neue Zupläne? Das hängt von euch ab. Wie oft landet denn Archenova bei euch auf dem Tisch? Wenn ich jetzt rückblickend mal schaue, 2024 war es bei den Top 3 Spielen, die bei uns auf dem Tisch gelandet sind. Und wir spielen sehr viel. Und ja, das Spiel hat ja schon durchaus das eine oder andere Jahr auf dem Buckel. Aber es zählt zu den Lieblingsspielen meines Sohnes und das ist ein Grund, warum das Spiel immer wieder gerne auf dem Tisch landet. Ich spiele es auch gerne. Und genau in jeder Partie spiele ich immer gerne einen anderen Zuplan. Oder den Plan nochmal, wenn es dann nicht so lief, versucht man wieder was Neues zu entdecken. Aber das richtet sich ganz klar an die Fans, die oft Archenova spielen. Ich bin mir sicher, auch der ein oder andere Sammler von euch, der einfach alles komplett haben will, hat sich vielleicht diese Karte gekauft oder diese vier Pläne gekauft. Aber das muss jeder für sich entscheiden. Gerade wenn man sehr variabel oder häufig das Ganze spielen will, dann bieten sich gerade diese Zupläne an. Und aufgrund dessen ist auch das Spiel weiterhin in aller Munde und sehr erfolgreich. Und ob man jetzt die Pläne braucht, ob man mit diesen spielt, der ein oder andere Plan, ich habe es euch kurz und knackig vorgestellt, der ist durchaus spannend zu spielen. Aber es gibt auch Pläne hier, beispielsweise mit der Sponsorenkarte. Das war jetzt nicht unbedingt mein Fall. Aber dafür sind ja die verschiedenen Pläne dann da, dass man einfach mal was ausprobieren, was spielen kann oder einfach mal was entdecken kann. Und das lohnt sich durchaus bei diesem sehr attraktiven Spiel. Das zu einer kurzen Spielvorstellung. Die Pläne müsst ihr schauen. Teilweise bekommt ihr es im Handel. Schaut gerne auch über die unten genannten Links. Ihr wisst ja, da unterstützt ihr uns ja immer automatisch. Das zahlt nicht mehr. Aber das zu den Infos rund um Zoomer Pack 2. Ich bin mal gespannt, wie die Reise weitergeht, solange das Spiel erfolgreich ist. Und ich kann mir vorstellen, das wird auch noch in fünf Jahren immer wieder regelmäßig auf dem Tisch landen bei uns. Soweit möchte ich mich schon auf dem Fenster lehnen. Kann ich mir schon vorstellen, dass es da sicherlich wieder kleine oder größere Ergänzungen in Zukunft gibt. Das zu allen Infos. Danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut und bis bald. Bis zum nächsten Mal.